Servus Leute, hier ist die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute mit einem ganz einfachen Rezept, aber super lecker. Zwiebelfleisch. Das Rezept habe ich aus einem Kochbuch, das ich zu Weihnachten geschenkt kriegt habe. Und das Kochbuch heißt Tiersheimer Schmankerln. Das sind lauter Rezepte von Leuten aus der Gegend in einem Almanach zusammengefasst. Es braucht nur vier Zutaten. Sechs Kammsteaks, eine Packung Zwiebelsuppe, zwei Becher Sahne und noch eine extra Zwiebel. Die Kammsteaks werden in einen großen Bräter gelegt. Oben drauf wird die Zwiebelsuppe gestreut. Als Gewürz reicht es auch, man braucht nichts anderes. Da drauf kommen dann noch die Zwiebelringe. Sehr fein schneiden, damit sie schön braun werden. Die Vorbereitungen sind damit schon abgeschlossen. Und das Ganze kommt in den Backofen bei 160 Grad für eine Stunde. Nach einer Stunde werden die Steaks gewendet. Dann die Temperatur erhöht auf 180 Grad. Zwei Becher Schlagsahne werden drüber gegossen. Und dann kommt es nochmal ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde in den Backofen. Das war es auch schon. Und schon ist die ganze Sache fertig. Hervorragend passen Pommes dazu. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Guten Appetit! Servus, bis zum nächsten Mal. Servus, bis zum nächsten Mal.